Heißkalt informiert. Ein bisschen doch wieder Richtung Verführung, aber mit einem einer Begrifflichkeit aus der Sexologie, die sexuelle Selbstsicherheit heißt. Weil, ihr ist es ganz klar, eine gewisse Selbstsicherheit braucht man, sonst verführt man einfach nicht gerne. Weil Verführung heißt ja, ich zeige mich und traue mich auch zu zeigen, dass ich was möchte. Und was möchte ich denn? Ja, also oft bei Verführung möchten die Leute was Sexuelles. Aber ich muss ganz schnell sagen, damit Verführung auch ganz klar verstanden wird, es könnte auch sein, dass meine Verführung darin besteht, dass wir das essen, was ich möchte oder in den Film gehen, den ich möchte. Zum Beispiel in einen romantischen Blockbuster oder so, wo mein Partner sagt, aha, aha, mein Partner mag die, aber okay. Dann muss ich das so anlegen und anzetteln und gucken, wie ich ihn dazu bringe, das zu tun, gerne zu tun, was ich möchte. Und ja, Manipulation sagen dann viele, nein, 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 gerne das mitzumachen, was ich möchte. Und im sexuellen Bereich ist es denn so, dafür muss ich mich zeigen. Ich muss zeigen, dass ich was möchte. Und ja, je sicherer und besser ich mich mit mir fühle, desto einfacher geht das. Und das ist schon die erste Sache. Also du musst dich dauernd und gut um dich kümmern. Vielleicht eine Dusche nehmen, damit du dich sauber fühlst. Du machst vielleicht deine Haare, vielleicht rasierst du dich oder wo auch immer rasieren. Also so eine Vorbereitung, falls es doch noch zum Sex kommen sollte, weil dann kannst du viel entspannter in dein Vorhaben gehen. Dann aber ist es ja auch klar, wenn es jetzt Sex ist, dass es körperlich ist. Also, wie zeige ich denn meinem Körper? Erst findest du sowieso die Stellen oder such raus, was du bei dir gerne magst. Und jetzt geht es darum, ob es dein Hintern ist oder Figur, Augen, irgendwas. Dann musst du dich ja zeigen. Und das, ich glaube, das unterschätzen viele, weil man immer noch denkt, das muss doch irgendwie von alleine klappen, das wird es nicht. Also setz dich in Szene. Das ist auch hier so schwer auf dem kleinen Sofa. Aber wenn ich weiß, mein Hintern ist schön, das habe ich jetzt gar nicht gesagt, ob er das ist oder so, aber gutes Beispiel vielleicht. So, ich sitze, dann kann ich, wenn ich eine Frau bin, vielleicht eine Kurve reinbauen oder ich sage was und weiß genau, dass er jetzt guckt. Und wenn ich seine Aufmerksamkeit habe, gehe ich vielleicht zur Toilette und ich weiß, dass er mir hinterher guckt. Das kann ich hier nicht vorführen, aber dann weiß ich, sein Blick ist auf meinem Hintern und dann bewege ich mich anders und versuche zu genießen, dass ich weiß, dass er guckt. Das ist es nämlich. Das kann ich nur genießen, wenn ich auch ein ganz gutes Gefühl zu mir selbst habe. Und das ist das hier. Bei Verführung hat es ganz viel damit zu tun, Dinge mit Lust, zu verbinden. Und hier wäre das, mit Lust zu verbinden, mich zu zeigen. Mit Lust zu verbinden, dass der andere mich sehen darf. Also das ist so eine Art Exhibitionismus und Voyeurismus. Gesehen werden und auch gerne zeigen. Das sind die wichtigen Faktoren bei Verführung. Wenn du das so realisierst, ja, ich zeige mich gerne, der andere darf gucken. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei Verführung. Und ja, es hängt eng damit zusammen, wie sicher du dich fühlst. Sexuelle Selbstsicherheit. Auch das Wissen, beherrsche ich das, was ich später im Bett möchte, auch ganz gut. Vielleicht ist das auch ein Punkt. Ich mag nicht blasen, das mag er gerne und so. Da gehört ganz, ganz viel dazu. Und ich will nur damit gesagt haben, ganz kleine Dinge sind wunderbar. Man muss nämlich nicht gleich als Experte geboren sein. Ganz einfach kleine Dinge ausprobieren. Such eine Stelle an deinem Körper heute und nimm dir vor, er muss sie bemerken oder sie muss es bei dir als Mann bemerken. Was auch immer ich tun muss, bis ich ihn oder sie kriege, werde ich es heute Abend tun, damit er dieses Körperteil bei mir sieht und ich mich wohl dabei fühle.